Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 12. Juli. Gut am Vortag haben wir mit dem Tages-Tief hier unseren Long-Bereich erreicht. Man hätte hier Long-Positionen in der Nähe der dunkelgrünen Markierungslinie eingehen können. Wir sind dann in Folge wieder angestiegen Richtung 12.332 Punkte mit einem Abschlag von minus 0,33%. Aus dem Handel gegangen. Nachbörslich ging es dann weiter höher und vorbörslich notieren wir aktuell wieder im Bereich von 12.370 Punkten. Also wieder etwas knapp unter der Marke von 12.400 Punkten und wir dürften dann mit einem kleinen Gap-Up in den Handel starten, sollten sich diese vorbörslichen Kursgewinne halten können. Für den heutigen Freitag haben wir unseren Long-Bereich um 12.250 Punkte hier an der dunkelgrünen Markierungslinie. Die hellgrüne befindet sich bei 12.290 Punkten, die dürfte aber nur verwendet werden, falls wir in den Long-Modus drehen würden. Der Kreis also von Rot auf Blau drehen würde aktuell, sind wir weiterhin im Short-Modus. Der Kreis ist weiterhin rot und signalisiert damit weiterhin fallende Kurse. Der Short-Bereich befindet sich für den heutigen Freitag um 12.400 bis 12.440 Punkte. Rote und dunkelrote Markierungslinie sollte der DAX bis in diesem Bereich ansteigen und eine Aufwärtskorrektur durchführen. Dann könnten sich hier Short-Positionen anbieten, die man dann etwas über 12.500 Punkte, etwas über dem noch offenen Gap absichern könnte. Letztendlich hat sich nicht viel getan in den letzten Tagen. Der DAX befindet sich im Bereich von 12.400 Punkten, sagt dann teilweise ab Richtung 12.300 Punkte und erholt sich dann wieder Richtung 12.400 Punkte. Wichtig ist einfach, dass wir hier im Bereich unter der Marke von 12.500 Punkten unter der roten gestrickelten Markierungslinie im Wochenschart bleiben, solange das der Fall ist, ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen, vor allen Dingen dann auch in der kommenden Woche. Und die nächste Anlaufmarke befindet sich dann hier bei 12.200 Punkten an der hellgrünen Markierungslinie. Sollten wir dann hier weiter durchbrechen, dann würde sich der nächste Anlaufbereich hier direkt bei 11.900 Punkten befinden, also in der kommenden Woche würde schon die Marke von 12.200 Punkten im Fokus stehen, sollten wir diesen Bereich anlaufen. Darunter würde sich dann deutlicher Raum ergeben Richtung 11.900 Punkte und wir damit auch eben unter die Marke von 12.000 Punkten rutschen. Aktuell ist der Bereich wichtig hier von 12.200 Punkten. Wir haben eine lange rote Wochenkerze. Wir haben bereits Freitag, sollte es am heutigen Freitag zu keiner starken Erholung kommen. Dann werden wir hier mit dieser kräftigen roten Wochenkerze aus dem Wochenhandel gehen und diese Wochenkerze würde dann auch auf weiter fallende Kurse hindeuten. Insofern dürften wir höchstwahrscheinlich dann den Bereich von 12.200 Punkten in der nächsten Handelswoche anlaufen. Gut, dann wären wir schon wieder durch für heute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg am Handel, ein erholsames Wochenende und ich melde mich dann wieder am Montag mit dem ING Markets Morning Call und mit dem ING Markets Chartflash. Viel Erfolg und machen Sie es gut!